Ohhhh! Ohhhhh! Hey meine Rauerbauten! In der heutigen Episode bekommen wir einen zufälligen Gegenstand aller 10 Sekunden aber wir befinden uns in einem Lava Battle mit Elyna Moinnie! Gambooo! Moinnie! Ich hab meine ersten Blöcke, Alter. Trockenbeton, Körbissen, Pock-Eis, Leute, Schilder! Ich hab, ich hab, ich hab nen Plagegeist, ähm Nein, 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 mach das nicht bitte Ich hab Schilder Gamo, schick mir jetzt 5 Euro bei mir Guck mal, Logo, ich hab hier Nein! Ach man sieht's nicht, es ist auf der anderen Es steht schon was drauf, aber es ist auf der anderen Seite einfach Ich hab nen Hilfsgeist Ja, nach oben ist doch viel kluger Ah, mein Blog ist abgebrannt Oh Hört mal auf, dauernd zu sterben jetzt hier Elina ist raus, Elina ist raus Ich krieg nur Müll Ich hab Erde, das ist big, denn Pass auf, wir machen jetzt nämlich das hier Das hier und das hier, Alter Denn das Ding wächst, Elina Der wird's geil Oh, die hat ne Diabrusplatte Oh ja, ein Goldapfel Die Schaufel behalten wir mal Ah, das ist ein Glas Ich hab gerade meinen zweiten Block platziert Ja, genau genommen ist es dein erster Aber der hat das abgebrannt Ab welcher Höhe Gold Zieht die Lava denn nicht in dieses Holz ein? Tja, das kann ich auch nicht sagen, ich hab nicht so geringverdienende Blöcke Ziel der Episode ist es Leute in die Lava zu kicken Am Anfang dürfen wir uns aber noch nicht angreifen Wir müssen uns erst ein bisschen aufbauen Bisschen Rüstung machen Schwerder, Blöcke, Basis Was auch immer du haben möchtest Solange mein Bett nicht abgebaut wird, bin ich safe Ich krieg nur Spawnex Ich hab einen Endermans-Spawn ein Nein Leute Ja? Egal, das hebe ich Geil, ich hab ein Oh mein Gott Ein Schwarz-Eichen-Boot Wer ist das denn? Das ist ein Fuchs Alter, das Feivi Feivi Was machst du denn? Mann, ich krieg nur Müll Alter, wieso haben wir alle ein Horn bekommen? Wir haben auch ein Horn Ich hab ein übelstes Kackhorn Wir haben auch Wirklich ein Kackhorn Warte, wir können unsere Basis vergrößern Aber das Logo Stinktschild Müssen wir Oh, Bruder Wow, 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 wow Was will der denn jetzt hier, der Kollege? Mach ihn fertig, mach ihn fertig Scheiße, ich seh ihn doch Alter, das ist Über-Kass-Katastrophen-Ding Hör mal auf damit Oh, ich hab schon eine Werkbank Okay, ich denk, das ist Ah, Werkbank ist big, tatsächlich Hab ein Kaktus Oh, Leute Ich hab eine Karte Müll damit Ich hab Kürbis Warte mal Wir können hier, glaube ich Na, wir haben ja gar keinen Grün glasierter Keramik Ich hab sogar ein Schild Ich bin richtig gut ausgerüstet Ich kann die doch runterschieben, oder? Das geht doch Ha, das ist aber ein Lieder He, he Verdammt Laub, meint ihr, das Laub brennt hier? Dürfte eigentlich nicht Könnt ihr mal aufhören, das Ding nonstop zu benutzen, bitte? Also, Gammo, reiß dich mal Nee, meins ist das nicht Ich hab einen anderen Sound Seelensand Nein Kack Schwamm Okay Oh, Glas Dein Schwert Ich bin ausgerüstet Der Erste, den ich sehe Den kill ich Nein Nein Hey, Junge, siehst du denn bei mir? Warum geht der immer zu mir? Warum hat der mich plötzlich angegriffen, der Atze? Der rennt wieder zu mir Der hat mich gefressen Der will zu dir Der will zu dir Na, wer stirbt dann? Lava Komm hoch und drop eine Enderperle, du Ehrenmann Jetzt stirbt er da unten, das bringt mir da nichts Oh, ich hab sogar einen Dia-Helm Ich hab zwei Sachen noch nach Dann hab ich Full Dia Junge, Elina Okay, ich hab einen Huhn Ich kann mir hier gleich eine Farm bauen, ey Ha, ich hab ein neues Schild Eine Diamantschaufel Wow Oh mein Gott Leute, soll ich was machen oder soll ich? Ach, ich mach's spät Das ist meine Geheimdruck Ich hab einen Command-Block Ich hab Oh, ich hab Ich kann hier nicht platzieren, weil ich kein Dings bin Ich hab ein Fernrohr Jetzt kann ich endlich das Schild lesen Nee, Fernrohr ist geil Ey, man kann's nicht mehr lesen Es ist zugebaut Nein Aber es steht Logo Stink drauf Ich hab drei Betten Ich hab ein Totem Das ist big, tatsächlich Das ist gecheatet Ich hab Feuerwerk Ja, noch eine Treppe Ja, ich brauch irgendwie mal Ich brauch mal was, ey Lava Wasser Knochenmehl Irgendwie mal sowas Ich hab einen Stein So, wartet mal Wir Wartern, wir können ja keinen Ich hab halt ein Hühnerspawn-Ei und ein Ei Ah, eine Goldhose Nice Aber ich kann das halt nicht spawnen Warum nicht? Ich hab Bursch Ja, weil ich brauch ein Gehege Aber ich hab ja nichts, womit ich ein Gehege bauen kann Ich baue mich jetzt weiter nach oben hier Zack Kein Bock auf eurem Geringverdiener-Level hier zu chillen Alter, Logo baut sich da eine Base Das ist aber eigentlich klug Ich glaub, das mach ich auch Aber ich hab einen Pinsel Ich glaub Das ist, glaub ich ehrlich klug Sich so zubauen Dass man nicht runtergekickt werden kann Trockenbeton Was soll ich denn damit? Oh, ich hab hier richtige Taktikblöcke Oh, eine Schulkerbox Jetzt kann ich endlich meine Sachen stoppen Ich glaub, ich mach mal den Zaun hier weg Dass es mir zu schwicky mit den runterfallen Oh, ich hab einen Stamm, Alter Danke, danke, danke Werkbank Boom Zack, Alter Bei Elina fackelt die Base grad ab Richtig jetzt? Hä, Jo, Logo will sich ein Dreizack-Farm oder so Nein Nein, 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 nein Der hat eine Dreizack-Farm da hingestellt Hä, was liegt denn da bei Logo? Wo? Ist das eine Biene? Nichts Ja, er hat eine Biene Der hat einfach eine Biene Nein, du hast doch eine Biene Warte, lass mich mal schauen Was hast du denn, Gambo? Das ist eine Biene Hä? Was willst du, willst du Stress? Das ist eine Ziege Ich schau Ben zu Wow Okay, das ist big Also bisher Oh, warte, das ist auch gut Das ist gut Jetzt könnten wir uns Nein Erstmal nix machen Aber ich könnte hier ein Schild machen draußen dran Oh, das ist big Logo hier verboten Nein, nein Was? Ich kann das sogar lesen von hier Warte, hab ich noch ein Schild? Ne, schade Das ist nicht auf die andere Seite Oh, ich hab eine Diabros-Platte Okay Aua Brauche ich hier noch die Base zu? Nein Dann brauche ich hier noch die Base zu? Oh, jetzt kriege ich einfach Baba-Blöcke hier Hier noch Ein Akvisator Ich hab eine Netherite-Axt Oh mein Gott Ich bin, ich glaub, also Ich bin schon ziemlich Ja, aber du kannst halt runtergekickt Wäre noch easy, ne? Also da bringt dir deine Ausrüstung Natürlich jetzt auch nicht so viel Ich hab eine Angel Ich bin der Angelheimer Oh, ne, du kannst Leute damit runterziehen, ne? Das ist schon krass Okay Gambo Nein Nein, mein LA brennt Ich hab einen Barrier-Block Auch nicht schlecht Oh, das ist broken Oh, ich hab noch ein Schild Wartet mal Gambo Oh, ich hab einen TNT-Block Achso, das ist ja jetzt ja gar nicht zu Gambo ausgerichtet Die das ganze Insel brennt Gambo 8D-Nase Boah, das sieht schön aus, ey Ich mach mir eine schöne Base Muss ich ehrlich sagen So Jetzt können wir das zumachen So Okay Dein halbverbrannter Ally ist bei mir Mach den mal weg Was soll das? Neiß Schwert Spitzhacke Schaufel Ally Hier haben wir verschiedene Tiere Ich muss halt irgendwie schaffen So ein Mini-Gehege zu bauen Jetzt haben wir hier den glatten Sandstein Hier kann ich halt runtergekickt werden Nach hinten Das ist natürlich nicht so geil Ne, dann haben wir hier nochmal eine Barriere Also ich hab hier langsam gleich eine Baba-Butze Muss ich ehrlich sagen Bei mir geht auch fit Da mach ich kein Geheimnis draus, Leute Ne, the right Spitzhacke Der Lina rennt hier mit Full-Di herumgefühlt Ich kann schon gar keine Oh, ich hab einen Grasblock Warte mal Grasblock ist schon stark, oder? Dann mach mal das Schild weg Das OG-Logo-Stinktschild muss weg So Bienenstock Logo Da kann deine Biene hier mal einen sich einlisten Ja, ich will der jetzt nicht Das können wir noch benutzen Ich will jetzt mein ganzes Holz nicht verbraten Ne Werkbank Ja, mein Inventar ist voll Ja, also wir müssen jetzt hier Ja, war klar, dass da nichts rauskommt, ey Meint ihr Gold? Ich mein, wir brauchen eh nicht ein Gold brauchen wir nicht so Ein Bett Mein Resprong-Freund ist gesichert Man kriegt übertrieben viele Betten, kann das sein? Ich hab nicht ein einziges bekommen Ich hab schon sieben Betten Kann ich hier runterfallen? Das ist eine gute Frage, ne? Mal testen, Logo Elina, was wird denn das? Ich hab ein Totem, wichtig Elina fängt an, sich rüberzubauen Guck mal Elina, ich hab Geheimwaffen Zwing mich nicht, die zu benutzen Okay, passt auf Also jetzt, jetzt reicht's So, was haben wir hier? Okay Naja, ich komm nicht so wirklich voran Elina, bitte, wir sind Freunde Ich bräuchte halt mal einen Ofen So, ich fang jetzt an, hier irgendwie zu kochen Ich hab einen Beutel Wie sinnlos Okay Aber ich dachte, noch ist Frieden Ich dachte, alles Ja, Elina, chill mal ein bisschen Ja, aber man kann das ja hier schon mal vorbereiten Ich baue doch ein Mord Mich irgendwo hin Nein Ich will nicht, dass du mich besuchen kommst Ich hab nur Hand und Sack Meine Base hat jetzt sogar eine Tür, Leute Oh, jetzt hab ich das Schild abgebaut, verdammt So Ha, ich baue mir ein Haus, ey Warte mal, das ist gar nicht so eine dumme Idee, oder? Ich hab ein Schwein Boah, ich hab alle Tools jetzt Spitzhack, Geschwärtschauke Elina, guck mal hier auf das Schild Ich baue mein Haus Nee, ich baue mich hoch Was steht da? Elina, raus! Ja Das lässt du dir gefallen, Elina Du bist hier nicht erwünscht, Elina Ey, ich hab was Das könnte mir tatsächlich einen kranken PvP-Vorteil geben Ein Schalker Der lasse ich mich anschießen Und spring dann auch vor euch hinab Stehe Ne? Okay, perfekt Der meint das ernst Der will wirklich so eine Moves pullen jetzt Ja, natürlich Hast du auch? Ja Okay So, ich bräuchte mal Einen Ofen Tatsächlich Ich hab antiken Schrott Aber Ich kann so auf Gambo gucken, Alter Khorusfrucht ist auch big, oder? Eigentlich So, weil wir müssen mal aufräumen Das brauchen wir nicht Warte mal Ich hab Das ist, glaube ich, eine ganz geile Idee Ähm Wir Oh, nein Nein Wer hat die Scheiße angemacht? Nein Ich hab extra einen Diamant dafür verbraucht Kann jemand eine TNT-Kanode bauen Um zur Logo rüber zu schießen Ich weibe hier Lärmbelästigung durch meinen Nachbarn Warte, wir könnten jetzt hier Warte, ich hab Moves, ich hab Moves Oh, ich hab ein Leuchteschild Alter, mach mal die Lärmbelästigung aus Was ist das denn? Seid so Hater, wirklich Mach mal die Lärmbelästigung aus Ich bin Team Türkis So, hier bauen wir uns weiter Du bist eher Team 2 Fies, Alter Warum ist denn der Ey, yo Also warum bauen sich denn beide zu mir? Das ist asozial Das war knapp So, warte, ich hab ein Move vor Also wir Ne Hat doch hier Okay Huhn, passt auf Äh, Antikaschrott Huhn Leute, ich sag euch ehrlich Ihr werdet es bereuen, wenn ihr hier Ich hab ein Huhn gesaved in Ich hab ne Kiste In nem Boot Aber das zählt ja trotzdem, oder? Mann, dieser scheiß Baum wächst auch nicht Glaubt ihr mir das? Glaubst du aufs Wort? Oh, kann man Was ist das? Was ist das? Ender Drachen Spawnei Jetzt wird's interessant Den werde ich sowas von spawnen dann, ey Wenn ich merke, ich verliere Dann hau ich das Ding raus Ja, okay, das ist Quatsch Man kann irgendwie auf die Kiste nicht zugreifen Äh, Bannervorlage brauchen wir nicht So, ich muss hier ganz kurz klarkommen Also Elina Wir haben hier ne zweite Tür Ich boke Guck mal, Garmbur Ich baue nur einen Weg Hier ist ne Tür Benjamin, wir sind doch Freunde Mach doch nicht so Wir können doch Wir gucken später Wieso wechseln der Baum nicht? Mann, ne Frage Wir haben nur ein Leben, ne? Yes Außer ich Ich hab ein Totem Das so True Oh, Logo baut sich zu Hö, er hat angetäuscht Doch nicht Nee, das war ein Block Den konnte ich nicht Feuerwehr! Ey, ich hab so krasses Spawnei Ah ja, die muss ich irgendwie saven Ich hab ein Verwüster Und einen Ender Drachen Das ist crazy So, also Jetzt packen wir hier mal ein paar Sachen rein Die wir aufheben wollen Ender Drachen Spawnei Save a Roni Verwüster Spawnei Save a Roni Schalker, Ziege, Antiker, Schrott Das ist ja alles wichtig Ähm, das ist auch wichtig Ähm, das ist auch wichtig Betten Elina kommt mir ein bisschen zu nah Hier auch alles Wo pack ich mein Bett hin? Ja, wo Hallo sagen So, Spawnefunk gesetzt Wie könnt ihr auch später? Elina baut aber beide Richtungen Die ist übel Werter? Was ist ein Werter? Ist das ein Warden? Nee, das ist ein Wächter Nein, Werter ist dieser Fisch Ah, naja Ist das der Boss? Nee, das ist der Elder Guardian Das ist nur so ein Normalo, ne? Ich hab grad einen Block weggeworfen Ich Idiot Logo, ich hab den OG-Helm Alter Der hat ja einen Respawn-Anchor Passt auf, ey Ich lass ja den irgendwie zum Explodieren bringen Oh, warte mal Das ist Big tatsächlich Jetzt krieg ich einen Faden raus Kann man DIA-Rüstung auch trimmen? Ja, klar Das muss ich noch reinpacken Oh, yes Alter, ich krieg hier wirklich Töpferscherben Der trimpt sich seine DIA-Brust Ich hab endlich auch ein Fernglas Mach mal deinen Merch Du Arsch Banks stinkt Junge Elina hat gar keine Schilder Das ist so weit einfach Gumbart auch keine Der hat eine Schalker-Kiste Elina, bau dich mal rüber und hol dir die Hey Der hat sogar zwei Schalker-Dinger Ja, hab ich auch Und Elina? Ja, die hat da einen Amboss Oh, Elina greift jetzt an Elina, lass meine Kiste bitte Elina brauchst du Oh, der tricht da Hallo Bringt der mir irgendwas? Nee, ne Ein zweites Bett hab ich so Warte mal, jetzt können wir das hier mal bauen Den Faden tun wir mal hier Weil ein Bogen ist natürlich über Big, falls wir es kriegen sollten Elina, du kommst zu nah Das geht mir alles zu schnell hier Ich hab auch den Helm bekommen, Gambo Juhu Elina, bitte Das geht mir wirklich hier alles Ich hab's hasbisches Zähne Ich hab ein DIA-Block Näh Spieken Leute, wie craftet man so einen Pinsel? Warte, Logo, meinst du nicht? Ja, den hab ich vorhin in die Lava geschmissen Oh Mann, ich hätte den jetzt so krank gebraucht Wie craftet man so einen Pinsel, Leute? Aber du kannst doch nicht von selbstplatzierten Dingern Kannst du das machen? Ach ja, das stimmt Elina, geh weg, wirklich, es reicht Ja, da könntest du Ein Eisengolem-Spawn-Ei Boom! Auf meine Insel kommt ihr nicht Alter Elina, mobb dir mit der Angel, ey So, ich hab hier noch mehr Holz Elina, zwing mich hier nicht Jetzt hier Sachen Zeig doch mal deine Geheimwaffe Die du angeblich hast Ich sag, die hast du nämlich gar nicht Sagst du das? Ich sag das, ja, zeig mal Benjamin, du kannst Sachen Irgendwann auch nicht mehr zurücknehmen, ne? Zeig doch Ein Spawnei Aber was spawnt der damit? Oh! Was war das? Ich bin in Lava gefallen Wird das der erste Showdown? Ja, ich trau mich da nicht Muss ich ehrlich sagen Bin mir etwas zu Ne! Ach du heilige Scheiße Nein, nicht auf mich! Die Geheimwaffe ging da hinten los Ich bin hier gespawnt Warte, ich muss hier weg Ja, Gambo Was geht? Der wird so auseinandergenommen Ja, aber nicht auf meine Insel Ich hab hier einen Huhn Ey, yo Was passiert denn jetzt hier? Oh mein Gott Wie sollen wir den Enderdrachen töten? Das war's für den Toten Nein, nein, nein Ich bin tot Ich bin tot! Ich hab mich mit dem Toten gespawnt Ich bin tot Nein, der Enderdracher zerlegt jetzt alles Nein, jetzt kommt der hier drüber Mein Logo ist doch safe Das war eine wilde Hilde, Elina Damit ist ein Herz von Gambo Und ein Herz von Elina weg Hä, warum? Ich hatte einen Toten Hä, bist du nicht gestorben? Nein Du stehst da out of map, Gambo, du Cheater Das stimmt doch gar nicht Du stehst außerhalb der Lava Was soll denn das? Das stimmt doch überhaupt nicht Oh, fahrender Händler Das könnte jetzt big sein Ich muss einfach meine Schleiferkiste benutzen Es ist ganz und gar nicht big Also sind wir jetzt offiziell im PvP-Teil angekommen? Oh, wartet mal, wartet mal, wartet mal Jetzt hab ich aber wirklich was Biges Geh mal weg, Händler Du gehst mir auf die Nerven Ja, es tut mir leid Mein Baum ist bis jetzt nicht gewachsen Das ist ja auch wirklich Beanest So, jetzt packe ich das hier hin Ja, komm Hä, noch ein Fernglas Ist das meins? Ja, warte So Ich glaube, ich muss das hier mal erbauen Ich geh alles wieder ab, ey Ich hör hier Ich hör hier was Ah, hier ist ein L.A. in meinem Boot Junge Ich hab da ein L.A. gefangen, Gabbo Von ganz am Anfang Ja, das kann gut sein So, jetzt kann ich hier Ich hab halt einen Spawner bekommen Das heißt, ich kann da jetzt jedes Spawner reintun, was ich will So, und ich kann mir ein rotes Bett machen, das ist schicker Dann haben wir noch nichts von Mach mal so einen Mach mal deinen Endertrag Okay, geht das? Lol Alter, hey, Lina Versuch's mal Hey, das ist big, was Elina da für Moves macht Elina Oh Elina hat ein Wasser einmal bekommen Du musst über mir stehen, damit das klappt Meine Liebe Liebe Weil man braucht nur ein Netherite-Barren, um was abzugraden, oder? Ne, und die Schmiede-Vorlage Nein, nein, ich hab schon hunderte davon weggeschmissen Es muss eine bestimmte sein Kacke Geh weg Ich werd jetzt, glaub ich, auch mal angreifen Man hat ja eh mehr Relais Wozu warten? Geh jetzt mal hier rüber zu Gambo Kampf, 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 Kampf Oh, Elina hat ihn gefetzt Geh rüber Ey, was machst du denn hier? Ich bin hier wieder gespawnt, keine Ahnung warum Ja, cool Nein, Elinas zweites Leben zählt nicht Ey, oh yo Wieso, Kambo Mann, ich wollt grad fair spielen, oder machst du so? Fair? Elina, ich kann doch nix dafür, dass ich bei dir wieder spawne Alter, machst du Schaden Holy Moly Die war treibvoll Käsigambo Nein, ich hab meine drei Leben verschpielt Jucke Alter, Elina hat mir den übelsten Barber-Hit gegeben Ich hab so viel Schaden bekommen, Alter Die hat, denk ich, Tränke in sich Die hat mich anders weggehauen So, kann ich jetzt hier aber ein bisschen chillen So, was haben wir denn jetzt hier noch? Ziege, Schalker, Fab Warte Ja, das ist noch Ich hab hier was, Elina, warte Ich angreif mich Das ist meine Kiste Warte, vielleicht klappt's Oh, ich hab ein zweites Huhn bekommen Ich bring dir ein Geschenk, Elina Ja, okay Oh mein Gott Nein Logo hat Vorkehrungen getroffen Jo Nein Oh, das ist auch Oh 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 Zier Warte, ich mach Froschlicht, warte Ich brauch noch Mann, dass keiner von uns ein TNT auch bekommen hat Das ist auch wild, ne? Ich hatte ein TNT Du hast es nicht benutzt Wie soll ich das denn so schnell benutzen? Elina hat mich zu it weggelegt Äh, zack Komm Du hast noch ein Stück Noch ein Stück Mann, die Team Nein, ich bring ihr nur ein Schwein als Geschenk Ich hab nur noch ein Leben, ja Hey, echt jetzt? Ja Achso Hä, Blube, sie killen, oder was? Das machst du nicht Okay, wartet, wartet, wartet Nein Oh mein Gott Ey, warum ist das denn jeder bei mir? Digga, man kann Elina einfach nicht richtig hitten Ja, Elina hängt Ich hau da drauf Junge, nein Nein, 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 nein Nein Oh Nein Nein, ich sterbe Ja, Verwüster, mach dein Ding, du Macher Ja, und jetzt wie sie Elina am Spawn Nee, ich bin schon raus Kill Logo, los Logo hat noch ein Leben Ich hab auch noch eins Elina hat mich auch zweimal gekillt Elina war komplett Elina konnte man gar Also Elina hat wirklich einen komplett auseinandergenommen Elina hat einen Ender-Chess Ja, okay, na gut Dann Kommt der? Nee Ich hätte den Verwüster vielleicht aufheben sollen Denn über dir, über dir Ich seh ihn doch Logo hat einen halben Zoo bei sich da drüben Ich hab Beacon Okay Ich baue jetzt mal einer Das ist ein McDonalds-Block Ah ne, ich hab das Resource-Paket noch Oh Lecker, wo geht der McDonalds-Blöcke So, hier ist meine Schalke Also das kann ich mich hier voll Voll ausbreiten Tatsächlich Hä, was hab ich denn bekommen? Metallurgie? Was ich hab? Hinter dir ist ein Zombie Schnell hitten Hitten, schnell Ben Habe ich bessere Rüstung? Nein, jetzt greift der Plagegeist mich an Der hat bessere Rüstung als ich, kann das sein? Ich sterbe einfach an Plagegeist Nö, ja Gleich, Bruder Oh, und das Spiel hat sich gechanged Netherite Hose Uh, das ist krass Oh, ich hab einen Pfeil der Stärke Wenn ich jetzt noch einen Bogen irgendwie hinkriegen würde Lobo hat seinen eigenen Kampf da gerade zu kämpfen Ja, der ist so klein Ich kann ihn nicht sehen Wo ist denn der? Junge, der geht die ganze Zeit in die Blanke rein Junge Der wird gestorchrapped Oh mein Gott, ich hab ihn Ich hab endlich meinen Ofen Meine Güte Ich hab zwei Jahre darauf gewartet Aber ich hab gar nichts, was ich da reinpacken kann Weil ich alles weggeschmissen habe inzwischen Doch, essen Aber ich hab kein Holz Ich kann's nicht burnen Oh Mann, ey Ich muss das mal regenerieren Ich mag keine Burnen Burnen Ravager, kannst du nicht mal den Block hochspringen, sag ich mal? Kannst du dich mal ein bisschen mehr anstrengen da hinten? Der will auch nicht Nee, der will wirklich nicht Ah, jetzt hab ich Holz Aber man kriegt eh kaum Hunger irgendwie Nein, der Papa Essen gebürnt Okay, warte, warte, warte Das kam weg Das ist auch nicht so schlecht eigentlich, oder? Das kam weg Ich sammle hier Pfeile, ne? Aber ich hab leider keinen Echt? So ein Bogen Das hat sich richtig angeht, als ob er einen Bogen hätte Nee, ich hab leider keinen Bogen mehr Warum hast du so große Ohren? Das mach ich aus dir Ohhhh Ohhhh Ansage Mach doch einen Steve aus ihm So viel lustiger Ich mach dich zum NPC Ich hab hier einen High-Ground, ne? Was steht denn auf Logos schildern? Nur Quatsch Ben, ich glaube, den Sprung schaffst du nicht Den schaff ich auf gar keinen Fall, Alter Aber ich muss mich jetzt hier langsam hochbauen Das ist so ein Sechser-Sprung, glaube ich Würde sagen, dass ich keinen Sechser-Sprung schaffe Nee, nee, den kann man schaffen Wenn du den Sprung schaffst Oh, das ist big Dann kriegst du Hey, wo ist mein anderer Faden? Warte, 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 warte Du hast den Faden verloren Warte, 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 warte Wo ist der, wo ist der? Hier, boom Er hat sich einfach in die Kiste Ja, damit ich die Kiste öffnen kann Ich weiß, sah so dumm aus So, jetzt hab ich Oh, Eisenbrustplatte bringt mir gar nichts, verdammt Nein Ich krieg aber auch nichts Gutes mehr Das Glück ist mit den Tüchtigen Ich brauch mir jetzt eine TNT-Kanone Vollautomatisierung mit Redstone Dispenser Guck mal, was der hat Ey, nein, das schau ich auch mal nach Ja, ich warte Oh, das könnte auch geil sein Naja, ich hab tatsächlich einen Move vor eigentlich Jetzt kommts Also ich wär fast runtergefallen gerade Der MLGt in die Lava Warte, ich hab ja jetzt die Schalker-Kiste Das heißt, ich kann ja erstmal alles hier reinpacken Was wir jetzt erstmal so aktiv nicht brauchen Hey, jo Einfach Digga, wo kommt der her? Oh mein Gott Nein Nein, 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 nein Jetzt schaut sich irgendwelche Tränke rein Nein Nein Nein, nein, nein Nein, das machst du jetzt nicht Mann, das war aber ein guter Move Das war alles, was ich noch hatte Okay, dann muss ich jetzt so radikal Das sind die alten Chaos-Sky-Wars-Taktiken Nein, nein Könnte der MLG auf seine Insel machen Mit dem Boot Ja, mach mal Kannst du das? Er ist doch die Schwert Ich wollte rüberfliegen Was hatten der für Wie viele Rüstungspunkte hatten der, Leute? Könnt ihr das einschätzen? Also Wenn wir nicht in ihn reingehen und nachgucken? Ich glaube, das sind Ich hab schon eine sehr gute Rüstung Aber ich hab halt nur ein Holzschwert Das ist tatsächlich mein Problem Ich glaub, das sind schon so acht Hey, meine Schaufel macht mehr Schaden als mein Schwert Aber ich kann so Hm Ja, dann ich hab Also mit mal Hä, warum fliegt der? Junge, Eisengolem Ich könnte ihn killen Nein Aber wenn ich jetzt da hingehe Dann wird der nerven Logo, kann ich ganz kurz da hin? Wohin? Zu meinem Eisengolem Äh, nee Was hast du denn hier eigentlich noch? Irgendwelche Sachen? Irgendwelche coolen Dinger in Kisten? Nee In der Ender-Chest sind übergute Sachen drin Ah Aber du hast doch hier einen Spawner Ich könnte einen Plünderer-Spawner daraus machen Jo Ja, ich muss hier Moves machen, Leute Irgendwas muss man hier machen Ja, ich krieg aber auch Ich krieg kein Kein ordentlichen Stuff Krieg ich jetzt hier mal hier einfach Ja, ich krieg gerade auch nichts Brauchbares Der hat zwei Diapies Das ist bloß ein Schildkrötenhelm Ja, das ist okay Du hast ein Netherite und ein Diapies Ja, aber ich hab ein Holzschwert Ich mach den Minusschaden Du hast mich aber zweimal einfach runtergeboxt Ja, aber leider war der kein Lava Einfach Lockback-Stick Hä, wo ist der hin? Ich steh hier hinten Ach da Oh mein Gott Alter, das hab ich nicht gesehen Ist das krank, ey Hä, wenn der da hinten ist, kannst du doch easy runter Und hol dir doch den... Nee, dann greift der mich an Der wird mich halt instant killen Nein Das weißt du doch gar nicht Oha Ich mach dir ja auch Das war's nicht trick Ja Kält der mich, wenn ich den jetzt hier von dir hatte? Oha, Wasser Wahrscheinlich, ne? Nee, da kält ich nicht noch Warum funktioniert der Spawner nicht, den du hast? Der spawnt einfach nix Nein, oh Da gibt mir jetzt ne Faust von der Warte Das droppt dann runter Mit dem Wasser Nach links weg Doch, es funktioniert, Logo Mann, mein Schwert ist so schwach Ich krieg dir nicht Oh 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 oh, nein Nein Das darf ja wohl nicht wahr sein Greif ihn an, greif ihn an Junge Jetzt ist die Kacke da in die Lava geflogen Das darf ja wohl nicht wahr sein, ey Dein Gas kann mich mal Boah Oh oh Ah 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 Junge, du hast mich verraten, Ente Drache Was soll das denn? Ich will trotzdem noch nen Abschlussfight haben Okay Oh, danke fürs Boosten, Korrekt Zehn Takis auf Logo Der hat ne Netherite-Achse, Alter Wollt ihr mich verarschen? Der macht mich mit zwei Hits Ja, Logo Hey, wieder, du bist in meinem Team, bist du boh Ich hab zehn Takis gewettet Alter, ich hatte hier keine Chance Netherite-Achse, Jo Gut, Leute Das war Alter, ist das hier laut Junge Der Gas treibt den Neugent ein Junge, die stacken hier alle in dieser Ecke, ey Ich kann die auch nicht killen, die sind out of map irgendwie Und der Ender-Trag ist auch eine komplette Verwirrung Mann, ey Leute, ich hoffe, euch hat das erste offizielle 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 random block battle gefallen Lasst einen, äh, live da Ich bin sehr, sehr freundlich, damit ihr doch den Kanal kostenlos Bis morgen, euer Benson Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.